ja hallo und willkommen und freunde des gepflegt den computerschachs zur rückpartie sind ja immer zwei partien das muster superexpert quasi schon gewinnen um auszugleichen also beim remy hat der polka lang gewonnen diesen zweiten das ist quasi wie ein pokalspiel wenn die partie remy ist dann wird da hier ist es als schnell schach damit das ganze ausgeblitzt quasi eine dritte partie gibt aber nicht wenn das unentschieden ist dann ist das unentschieden seit einer partie führt er die einer jedes geht einmal weiß einmal mit schwarz so damit hat der superexpert jetzt die weißen steine go for it e4 depo ich bringe f3 ich dachte schon erst hier vielleicht königs gambit springer 6 petroff defense d2 d4 d4 springer e4 schlägt neben stellen springer e4 schlägt d3 ich glaube springer c3 ich weiß nicht was überhaupt gehen würde springer c3 so als gambit d7 d5 springer e5 schlägt springer b8 d7 dabei merkt schon dass die öffnungsbibliothek der superexpert ein bisschen größer ist da muss nämlich das dauert immer so klein wenig bis er die theorie zugemacht das ist beim venku war ab und zu auch der fall durch die große bibliothek aber jetzt ist er draußen aus dem buch springer d7 schlägt kann man das machen und dann ruchieren f2 f4 weiß ich weiß nicht kann man auch f6 ziehen und dann wieder springer d7 und ruchade kann das ja mal ölen und das funktioniert ich glaube nicht dass es deswegen quietscht einer wand hängt best body was ich beim schenig geholt habe einer der größten willkäufe ich kann es meine abonnenten verlosen e4 schlägt so ein so ein fitnessgürtel sowas so ein gewicht der das gewicht ist zwischen schwärmenden rücken zu stabilisieren so ein blauer gürtel hier so ein breites teil das kann man umschnallen an die hantel heben hängt da gut ich hätte da noch fitness gehen mit diesen gewichten gemacht um abzunehmen und hatte wohl so rückenschmerzen so ein bisschen dann gelesen sie war so ein gürtel dann um tut dann so ganz eng macht dann schon das den rücken benutzt habe ich das nie ich habe einmal um das mal auszuprobieren dann habe ich jetzt hängt es da als mahnendes beispiel überlegt was du dir kaufst ich habe schon überlegt ob ich mir die dvr2 brille hol ich habe aber so ein bisschen die befürchtung wenn man sich die jetzt holt dass sie dann den preis zu schnell sinkt da ist plötzlich 100 euro günstiger der 580 euro kostet das teil gut man hat die beiden controller sind dabei meintwie 180 für die controller und 400 für die brille ist auch nicht gerade wenig ich fand die vr brille schon gut für die für die die ich habe die vr die erste brille auch für die playstation 4 das problem war nur da waren so leuchtelemente dran an der playstation vr brille für die ps4 die mussten von der kamera immer erfasst werden um zu wissen wo man im raum steht und das war ein bisschen semi gut das soll die neue nicht mehr so haben das gibt auch so ein adapter dafür für die ps5 aber ich will das gleich mal an die ps5 dran machen ich fand das so spannend aber da muss das schon eine gute auflösung kann sich 33 60 grad videos ansehen da war noch ziemlich viele kabel dran was ist man muss es ich meine das ist so dinge man muss es zumindest mal gemacht haben mit seiner vr brille sondern 360 grad video ansehen war schon interessant aber 580 euro für die vr brille mit dem reinen controller h5 d1 können wir das theoretisch prüfen auch für den pc kaufen so eine vr brille und dann am pc anschließen die ich glaube die sind nicht so teuer und dann darüber vr videos über youtube angucken die publizierte videos natürlich nur die youtube auf pc der vorteil da gibt es plattformen für erwachsene da kann man sich auch vr videos ansehen f5 f4 attacke ollie Die ist still im Cut hier noch nie auf dem Brett Also bei den Computern Das kommt ja schon mal vor, dass die so Dubletten spielen Dass die die gleiche Partie noch mal spielen Aber das hier Sehe ich so jetzt zum ersten Mal Dame F6 Ja, wer wird den Läufer rausholen Aber wohin? Guter Bau, muss ich eh gedeckt Der Läufer H6 Ich weiß nicht, ob das so klasse gewesen wäre Springer C3 Jetzt Dame F5 Oder was hat der jetzt vor? Dame E2 Springer C5 Läufer B4 Das ist natürlich noch eine leichtere Lösung Noch eine einfachere Lösung Einfach fesseln Gefesselte Figuren können ich ziehen Läufer D2 Nehmen kann er nicht auf C3 Wegen Läufer schlägt er dann hier Ist der Spieß zum Turm Dame D4 Ja, er greift den Springer an Auf FE kann er natürlich nicht nehmen Er leidt schon wegen Dame C4 Schlägt Dame E2 Oh, rade Also Dame E4 schlägt geht ja nicht Könnt ihr mal gucken, was ihr auf Dame E4 schlägt machen würdet Obwohl Dame E4 schlägt Auf hat C3 schlägt Dame E6 schacht Natürlich muss er zielen Und dann auf C3 wieder nehmen Ähm Der Lippo schlägt schon wieder Ein DUDELIDEL DUDELIDEL LADELIDOI Mann, Mann, Mann Schwarz steht auch nicht so gut Lörfer C3 und dann Dame D5 Ich weiß nicht Weil es ist komplett entwickelt Also gefühlt würde ich momentan wieder sagen Bei steht besser Ich bin ja wieder das Fähnchen im Wind Das gerne in drei Zügen kann das wieder anders stehen Also lass uns ein bisschen überlegen Ich muss mal gucken, was ich für PC-Brillen nehmen Ich könnte mir vorstellen für Dame E4 Ich bin aber sehr einig hier Mit den Zügen Dame F2 schlägt Schlägst du einen Bauern Wirst du es bedauern Lippo, Achtung Goethe hat mich Erschlagen Was mit G2, G3 Dame H2 Turm F4 Das sieht alleine wie in der Diagonale schon so sehr bedenklich zumindest aus Also die C3 nach H8 Diese Diagonale Ich könnte mir vorstellen Die Partie dauert auch nicht mehr lange Und jetzt G2, G3 zum Beispiel Die Dame angreifen Wenn die Dame auf H2 Und auf F4 nehmen Und dann deckt man den Turm Auf F7 Das ist offen wie ein Scheunentor Das ist das Problem Ähm Der ist pleite Tipp mal Turm schlägt Ähm F4 Wie willst du den Entdecken Den Turm Turm F4 schlägt Springer E5 Meint Also dank Sie sind ein Gag Oder was weiß ich Dann Dame E5 schlägt Und dann droht es schon auf H8 Das ist das Unendet Turm H1 Okay Ja Dame G2 Turm DG1 Bei Turm H7 Ja doch Turm H7 schlägt Würde dann auch gehen Dame über Seite Turm H7 König H7 Dame F7 Ich dachte eher Turm F4 schlägt Was hat denn dagegen gesprochen Turm F4 schlägt Ah Also Turm A7 König Dame F7 Und dann hat er Turm H1 Schach Ach er kann Der muss dann nach H6 ziehen Ah Ich glaube den Läufer gehört nach G7 Du kannst dich ein Fiancetto machen Die Stellung so aufziehen Und dann den Läufer nach B4 ziehen Das war glaube ich schon Schon das Was hier Pleite ging Was ist hier da Dame G6 Oh Das ist aber interessant Das tut einfach Turm A8 matt Aber wenn er geschlagen wird Ist er einfach matt Hier Das ist der nächste Schick Außer Klamattern Doch nicht dafür schon So jetzt könnte man noch Turm Schach geben Und dann ist der Turm einfach weg Turm E1 Schach Was würdest du denn machen Springer dazwischen schieben Wird einfach geschlagen Das ist ja jetzt Massaker Jetzt würde er sich rächen wollen Ich glaube das hat Schwarz aber auch schlecht gespielt Erst macht er G6 Dann macht er Lofa B4 Etwas zu optimistisch gespielt Turm dazwischen mit einfach geschlagen Und gibt es Aufbau da Minus 9,99 Dame E2 Dame E4 Ich glaube er guckt schon in Turm D König D8 Und matt in 6 Wow Das lassen wir uns noch zeigen Matt in 5 Sagt der Super-Expert jetzt an Ja Gleite Dame D2 Das sind so Züge Die machen nur Computer Man würde Unsere Angst würde doch mehr drauf hoffen Das ist natürlich ja zu pleite Aber bei einer schwierigeren Stellung Wenn man mit matt in 7 ist Dann würde man nicht auf die Idee kommen Die Puppen dazwischen zu schieben Man würde irgendwie ein bisschen hoffen Dass der Gegner es wohl doch nicht sieht C6 Auf den Bauern vor Matt in 2 Ja, die Puppen dazwischen nicht Du, 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 du Film den Bauern Der Bauern-Matt ist ja nicht Ist ja ein Schach-Matt Wow Schach und Matt Wie viele Züge war das denn? 30 Züge Das war mal eine schöne Partie Aber Schwarz hat auch schlecht gespielt, dann muss man so Aber trotzdem, man sollte den Sieg von weiß nicht schmälern Ja, man macht kein Fiancetto Und dann fiancettiert man doch nicht Das sollte man nun doch lieber unterlassen Tschüss, bis zum nächsten Mal Untertitelung. BR 2018